In letzter Zeit habe ich viele Fragen von euch bekommen zum Thema Vorratsgesellschaft und das möchte ich heute mal mit euch beleuchten, weil viele denken, eine Vorratsgesellschaft zu kaufen, anstatt eine GmbH neu zu gründen, wäre ein Vorteil. Ist das wirklich so? Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Was ist denn eigentlich eine Vorratsgesellschaft? Ja, das ist einfach ein Name für eine Gesellschaft, die schon vorrätig ist, die sozusagen im Regal für dich schon steht und du kannst dann zu einem solchen Anbieter gehen und bezahlst einfach inklusive Stammkapital und auch Gebühren etwas Geld dafür, dass du schon eine fertige GmbH hernehmen kannst und die dann sofort verwenden kannst, vermeintlich. Also der Vorteil ist natürlich, diese GmbH existiert schon, die ist schnelleinsatzbereit, also wenn du schnell tätig werden möchtest in einer Gesellschaft, die schon einen Haftungsschirm entfaltet hat, dann brauchst du als professioneller Investor oftmals eine Vorratsgesellschaft. Also diese Vorratsgesellschaft heißt aber Vorratsgesellschaft und heißt es auch tatsächlich oft im Namen, ja, so 180. Vorratsgesellschaft heißt sie dann zum Beispiel bei einem Anbieter und diese Gesellschaft hat aber auch keine eigene Geschäftstätigkeit entfaltet. Das heißt, da muss auch noch mal einiges passieren, damit die überhaupt agieren kann. Du musst also auf jeden Fall noch mal zum Notar und musst die Satzung ändern, weil die braucht natürlich einen anderen Namen, ja, wer will schon mit einer 180. Vorratsgesellschaft agieren und du brauchst natürlich auch den Unternehmensgegenstand, den die Gesellschaft denn ausüben soll. Die muss auf jeden Fall in der Satzung aktualisiert werden und was du auch noch beachten musst, in diesem Termin musst du auch noch mal dem Handelsregister sagen, okay, hier gibt es zwar schon eine eingetragene GmbH, aber wir haben es hier mit einer wirtschaftlichen Neugründung zu tun. Das ist dieser Fachbegriff dafür. Wirtschaftliche Neugründung heißt, das Handelsregister prüft dann noch mal, ist denn tatsächlich aktuell noch das komplette Stammkapital vorhanden in der Gesellschaft oder ist das vielleicht schon zwischenzeitlich durch Gebühren etc. aufgebraucht. Ist das also noch in den Händen des Geschäftsführers, liegt das noch auf dem Bankkonto komplett drauf. Das wird noch mal abgeprüft vom Handelsregister zu diesem Zeitpunkt, wo du die Gesellschaft übernimmst und die wirtschaftliche Neugründung, wie gesagt, über den Notar an das Handelsregister meldest. Also es ist nicht so, dass du, wie gesagt, die Gesellschaft aus dem Regal nimmst und dann sofort mit der etwas weitermachen kannst, sondern du musst dieses ganze Prozedere noch mal wiederholen, du musst noch mal zum Notar, du musst noch mal diese Dinge ändern und jede Satzungsänderung kostet nun mal Geld. Das heißt, wir haben als Nachteil bei dieser Geschichte, dass du auf jeden Fall mehr bezahlst insgesamt für diesen ganzen Prozess, als wenn du zum Notar gehen würdest und eine Gesellschaft komplett neu gründen würdest, weil diese Anbieter lassen sich natürlich auch bezahlen, dass sie die Vorratsgesellschaft für dich schon gegründet haben. Du bezahlst dafür Gebühren. Du musst das Stammkapital denen letztlich auch bezahlen, weil das liegt nämlich in der Regel auf einem Bankkonto, welches schon auch zu dieser GmbH gehört. Und du musst natürlich noch mal den Notar bezahlen, wie gesagt, für die Satzungsänderung, für die Namensänderung etc. und für die Neuanmeldung beim Handelsregister mit dieser wirtschaftlichen Neugründung. Es gibt tatsächlich Leute, die mich gefragt haben, ja, aber es ist doch ein Vorteil, zum Beispiel wenn ich eine kreditfinanzierte Unternehmung habe oder wenn ich zum Beispiel auch Immobilien erwerben möchte und so weiter, dann ist es doch ein Vorteil, wenn die Bank mit einer GmbH zu tun hat, die schon länger existiert. Weil man bekommt ja oft zu hören, Banken finanzieren ungern, wenn sie zumindest ein gewisses Risiko sehen, finanzieren ungern Gesellschaften, die erst neu gegründet sind, die noch keinen Track Record haben, wie man so schön sagt. Das heißt, die versprechen sich dann davon, okay, sie erwerben eine Gesellschaft aus dem Regal, die gibt es ja schon Monate oder vielleicht sogar Jahre und dann sagt die Bank, okay, die Gesellschaft, die gibt es schon, die hat einen gewissen Score bei uns schon erreicht und der sind wir bereit, auch Kredite zu geben, während wir einer neu gegründeten Gesellschaft vielleicht nicht bereit werden, Kredite zu geben oder nur mit anderen schlechteren Konditionen. Ist das so? Da muss ich sich leider enttäuschen, weil natürlich, woher soll diese Gesellschaft denn den Track Record aufbauen, wenn die leer ist, wenn die keine Geschäftstätigkeit entfaltet. Also Banken lassen sich auch nicht veräppeln, hinters Licht führen. Du musst natürlich, beziehungsweise die Bank, die prüft ja dann immer die vorangegangenen Bilanzen, schaut sich an, wie haben sich die Zahlen dieser Firma entwickelt und wenn in dieser Firma noch nichts passiert ist, dann hat die Bank trotzdem kein Vertrauen zu dieser Firma. Also du wirst nicht diesen Prozess der Bankprüfung umgehen können oder dir Vorteile verschaffen können, dadurch, dass du eine Vorratsgesellschaft zur Bank schleppst und die dann Kredite bekommen soll. Das kann ich dir schon mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Sackgasse und das sollte auch nicht der Grund sein, weshalb du dich für eine Vorratsgesellschaft interessierst. Abschließend will ich einfach nur noch mal sagen, schau doch mal, es ist, viele wissen das nämlich gar nicht, es ist möglich, wenn du zum Notar gehst, am selben Tag nach einer frischen Neugründung einer Gesellschaft, kannst du mit dieser Gesellschaft schon tätig werden. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, dann spricht absolut nichts dagegen, dass du am selben Tag oder am Tag nach dem Notartermin schon mit dieser Gesellschaft agierst. Du agierst dann allerdings als GmbH in Gründung, also mit dem Zusatz IG und es ist natürlich so, dass bis zur Eintragung im Handelsregister der Haftungsschirm dieser Firma noch nicht gebildet ist. Also diese Firma, die ist nicht so, dass sie die Haftung abschirmt von dir als Gründer, von dir als Gesellschafter, sondern du als Gesellschafter bist nach wie vor voll haftend, bis diese Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist. Das heißt, du solltest natürlich in dieser Zeit zwischen Notartermin und Eintragung nur gute Geschäfte machen mit der GmbH in Gründung. Nicht Geschäfte, die etwas gefährlicher sind, die vielleicht auch haftungsträchtig sind, wo du nicht genau weißt, ist das ein guter Deal. Aber es spricht absolut nichts dagegen, mit dieser Firma schon von Tag eins an tätig zu sein. Also aus meiner Sicht ist es so, dass Vorratsgesellschaften nur in ganz bestimmten wenigen Fällen Sinn machen, wenn du professioneller Investor bist oder wenn du ein größerer Konzern bist, der schnell agieren muss. Zum Beispiel mein ehemaliger Arbeitgeber, ein DAX-Konzern, der hatte auch immer jede Menge Vorratsgesellschaften gehabt, weil falls mal schnell etwas passieren muss, dann muss man agieren können. Aber wenn du als normaler Selbstständiger oder Unternehmer mit, sagen wir mal mittelständischen Strukturen bis 50 oder 100 Mitarbeiter, wenn du deine Firma umstrukturieren möchtest oder GmbHs neu gründen möchtest, empfehle ich dir, das immer von Grund auf neu zu machen und gleich zu einem Notat zu gehen und die ganze Gründung auf einmal zu vollziehen und eben auf eine Vorratsgesellschaft zu verzichten. Einfach schlicht, weil es sich nicht lohnt. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Einblick verschafft und du kannst jetzt das besser einordnen. Wenn du ein Vorhaben hast, was du gerne umsetzen möchtest im Zusammenhang mit einer GmbH-Gründung und natürlich auch im Zusammenhang mit Steuerstrategien, dann trag dich gerne bei uns ein für ein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir uns deine Situation zusammen an und schauen gerne, was wir für dich machen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.